Hallo, mein Name ist Britt, Trainerin beim TSV Berlin-Wittenau. Heute dreht sich alles um den Bauch und den Po. So, wir gehen auf den Boden, wir legen uns erst auf den Rücken. Wir gehen rückengerecht natürlich runter, auf die Knie, auf den Po und legen uns auf den Rücken. So, der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir fangen mit dem Bauch an. Und zwar, das Becken kippen wir zurück, sodass der Rücken komplett auf dem Boden liegt. Die Schultern liegen entspannt, die Arme etwas weiter weg vom Körper, dass die Schultern auch auf der Matte liegen. Die Beine nacheinander anwinkeln, denkt an die Schultern, dass die entspannt auf der Matte liegen. Fuß spitzen ran, Knie zusammen. So, wir fangen an und starten mit der Ferse auf dem Boden. Eins, im Wechsel. Zwei, lass die Schultern dabei entspannt. Drei. Vier. Der Bauchnabel ist eingezogen, verdenkt an die Atmung. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Der Rücken bleibt auf dem Boden. Neun. Und zehn. Wir gehen mit beiden Fersen Richtung Boden. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Wir bleiben. Den Kopf legen wir jetzt in die Hände. Schulterspitzen, berührenden Boden. Kinnlein, frisch und brust. Atmen nicht vergessen. Es geht los. Und zwar im Wechsel. Fußspitze tippt auf den Boden. Eins. Zwei. Drei. Vier. Schön hochkommen mit den Schultern. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Noch mal acht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Hoch. Sechs. Sieben. Und acht. Und jetzt mit beiden. Beinen runter. Eins. Hoch. Zwei. Hoch. Drei. Hoch. Vier. Hoch. Fünf. Hoch. Sechs. Hoch. Und sieben. Hoch. Und acht. Hoch. Füße aufstellen. Oberkörper ablegen. Es ist anstrengend. Füße zusammen. Knie zusammen. Leicht hin und her pendeln. So, Arme bleiben ausgebreitet. Schultern bleiben wieder auf dem Boden. Becken hier zurückkippen. Knie nacheinander hochnehmen. Fußspitzen ranziehen. Hüfte, Knie in einer Höhe. Und wir gehen. Kleine Bewegung Richtung. Spiegel, Mitte, wie auch immer. Also weg von der Brust. Oder vom Bauch. Klitzekleine Bewegung. Der Rücken bleibt auf dem Boden. Bauchnabel ist eingezogen. Atme nicht vergessen. So, wir gehen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einer. Halte. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und Pause. Mal die Arme lang, Beine lang. Reckenstrecken lang ziehen. Es geht weiter. Füße aufstellen. Hüftbreit hinstellen. Becken wieder zurückkippen. Arme gehen hinter den Kopf. Jetzt kommen wir hoch. Mit dem Oberkörper. Arme, Oberkörper, Kopf natürlich alles. Nach oben kommen. Wir nehmen ein Knie mit nach oben. Kommen ganz weit nach oben. Die Hände Richtung Boden. Hier langsam wieder ablegen. Im Wechsel. Und hochkommen. Ein Knie geht mit hoch. Und wieder ablegen. Und hoch. Und wieder zurück. Viermal. und fünfmal. Sechs. Sieben. und acht. Wir nehmen beide Knie mit hoch. Und kommen weiter hoch. Und eins. Wieder die Füße aufstellen. Arme nach hinten. Zwei. Schön hochkommen mit dem Oberkörper. Und drei. Und vier. und fünf. Und sechs. Und sechs. Sieben. Und acht. Und hier bleiben. Und halten. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Und langsam wieder aufstellen. Füße. Den Oberkörper ablegen. Lang machen. Mal die Füße ran. Flex. Und die Fersen aus der Hüfte rausschieben. So. Wir gehen zum Po. Füße aufstellen. Wir kippen das Beck zurück. Gehen Wirbel für Wirbel. Rollen wir uns nach oben auf. Dass die Schultern nur noch auf der Matte liegen. Füße sind parallel. Das Becken ist oben. So. Wir halten hier das Becken oben. Jetzt gehen wir mit angewinkelten Beinen nach oben. Kurz halten. Wieder aufstellen. Schön mit dem Becken bleiben. Etwas nach oben schieben. Die andere Seite hoch. Und wieder aufstellen. Das Becken nach schieben zur Decke. Und wieder hoch. Könnt auch bis fünf zählen. Und dann halten. So lange. Und wieder aufstellen. Bleibt euch überlassen. Könnt auch bis zehn zählen. Und wieder hoch. Hüfte, Knie in einer Höhe. Ich sehe das so nicht. Ich hoffe es ist so. Und wieder aufstellen. Und die andere Seite. Und wieder aufstellen. Und die andere Seite. Ich habe vergessen zu sagen. Den Bauch natürlich einziehen. Und den Po anspannen. Und nochmal jede Seite. Wieder hoch. Po ist angespannt. Bauch ist eingezogen. Atmen nicht vergessen. Und das letzte Mal. Und hier hoch. Und aufstellen. So. Wir rollen uns nach unten. Oben von den Schultern. Wirbel für Wirbel abrollen. Becken nach vorne kippen. Hüftbreit. Okay. Wir gehen nochmal. Wirbel für Wirbel. Rollen wir uns nach oben auf. Richtung Decke. So. Jetzt wird ein Bein angewinkelt. Nicht abgelegt. Sondern auf dem Knie abgelegt. Nein. Wir halten. Neben dem Knie. Der Bauch ist eingezogen. Der Po ist angespannt. Wir gehen Richtung Decke. Und. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Und hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Tief. Wir bleiben oben. Zehn kleine Bewegungen Richtung Decke. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Fuß aufstellen. Abrollen. Abrollen. Nochmal. Becken zurückkippen. Wirbel für Wirbel aufrollen. Andere Seite. Po ist angespannt. Bauchnabel ist eingezogen. Das Bein anwinkeln. Und zwar. Wir gehen jetzt mit dem Po nach oben. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und. Aufstellen. Und abrollen. So. Wir recken und strecken uns. Schön lang machen. So. Nochmal. Letzte Übung. Füße aufstellen. Nochmal. Bauch einziehen. Po anspannen. Und hoch. So. Alles festmachen. Jetzt gehen wir mit klitzekleinen Bewegungen Richtung Decke. Und zwar. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Mal oben bleiben. Füße zusammen. Knie zusammen. Doch mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Oben bleiben. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Der Po ist fest. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Langsam abrollen. Beine lang. Einmal auf die Seite rollen. Auf die Knie kommen. Einen Fuß aufstellen. Rücken gerecht. Abstützen. Hochkommen. Ja. Das war jetzt Bauch und Po. Viel Spaß bei der Umsetzung der Übungen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.